Warum hier in Deutschland im Haushalt üblich ist, Hunde zu halten und warum viele Arabischstämmige eine kontroverse Meinung dazu haben und über viele andere Fragen rund um das Thema Menschen und Hunde haben wir, Julia und ich, eine Folge gedreht. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute habe ich einen sehr besonderen Gast mitgebracht über den Austausch mit dem ich mich immer sehr freue und wir unterhalten uns ja gewöhnlich sehr lange, wenn wir ein Thema anschneiden, denn ich habe heute die Julia mitgebracht. Und ich würde sagen, ich erzähle nicht viel weiter, denn unser Gast heute kann sich am besten beschreiben. Herzlich willkommen, Julia. Vielen Dank für die Einladung, Amir. Hier stelle ich mich am besten vor. Man fängt ja immer mit den langweiligen statistischen Sachen an oder mit den Fakten. Ich bin 38 Jahre alt. Wir kennen uns, ich und Amir, wir kennen uns schon ein paar Jahre mittlerweile. Und ja, ich arbeite seit vielen Jahren mit vielen internationalen Kunden, die ja sehr international sind zusammen. Ich arbeite im Bereich Sprachen und Sprachvermittlung bei einem sehr bekannten Bildungsanbieter. Ich mache das seit 2013 insgesamt. Und ja, darüber bin ich eigentlich auf das heutige Thema gekommen. Genau. Als Julia mich mit ihrem Thema überrascht hat, habe ich wirklich damit gar nicht gerechnet, dass, ja, wir sprechen heute einfach über Hunde. Hunde. Was hat das mit sich und wieso über Hunde und warum? Julia, erzähl mal, wo hat deine Liebe zu Hunde begonnen? Ja, wann hat sie eher begonnen? Das wäre vielleicht eher die Frage. Eigentlich war die schon von klein auf da. Also ich glaube, die meisten Kinder fühlen sich halt zu Tieren irgendwie hingezogen. Und das war bei mir auch nicht anders. Und weil Hunde natürlich jetzt ein Tier sind, das man sehr häufig ja um sich herum hat oder auch um sich herum sieht. Viel mehr als, weiß ich nicht, wenn man jetzt auf dem Land aufgewachsen ist. Kühe, Schweine, Hühner. Das hatte ich jetzt nicht als typisches Stadtkind. Allerdings waren Hunde doch eher, doch ziemlich präsent. Und ja, genau, da hat das schon angefangen. Und ich habe jedes Kind wahrscheinlich meinen Eltern sehr lange in den Ohren gelegen. Ein Hund wäre so schön. Kann ich einen Hund haben? Und ja, irgendwann wurde das dann wahr. Und ja, da ging es eigentlich los. Dann war es zum ersten Mal so, so sieht die Realität mit Hund aus. Und erzähl mal bitte von deinem ersten Erlebnis mit deinem eigenen Hund, als du deinen allerersten Hund quasi getroffen hast. Wie alt warst du? Und was für ein Gefühl? Kannst du dich daran erinnern? Da war ich gar nicht mehr so klein. Da war ich schon ein Teenager. Genau, da sind wir eigentlich hingegangen, um uns den Wurf, das war damals ein Welpen, ein Wurf Welpen, anzuschauen. Und ja, natürlich ist das so, wenn man dann einfach nur gucken geht. Das geht nicht einfach nur so. Ja, und da war in dem ganzen Wurf, also ein Cocker Spaniel Wurf. Und ja, da war ein kleiner Schwarzer dabei. Und genau, da war der kleinste. Und der hat am meisten geglänzt. Und er war total süß. Und dann haben wir den mitgenommen. Also es war erst mal nur Besichtigung. Aber von einer Besichtigung war es zum Hund, direkt zum Hund aufnehmen. Genau, ja. Also das war schon so, der war noch sehr klein. Wir haben ein paar Wochen noch warten müssen. Und nach ein paar Wochen konnten wir ihn dann holen. Julia, ich weiß aber auch, dass du einen Migrantenhintergrund hast und du ursprünglich aus Silbien kommst, aber hier geboren. Hat das damit zu tun? Hattest du da Kontakt mit Tieren, also intensivere Kontakt mit Tieren gehabt oder war das gleich? Es ist nicht ganz gleich. Also es kommt natürlich da ganz stark drauf an, woher, ob man aus dem ländlichen oder aus dem städtischen Gebiet ursprünglich kommt. Also ich bin ja hier in der Stadt aufgewachsen. Meine Eltern kommen aber vom Land. Und da ist das Verhältnis, ja, es gibt da viele Tiere. Und die haben mich auch alle gestreichelt und waren auch alle super interessant für mich. Aber das Verhältnis war schon ein bisschen anders. Also es gab unglaublich viele Kettenhunde, die dann natürlich das Grundstück irgendwie bewacht haben. Dann hat man eben einfach irgendwas hingestellt zum Essen. Irgendwie Brot mit irgendwelchen Resten, die noch übrig waren und so weiter. Und insgesamt nicht so wirklich herzlich. Also teilweise hatte ich den Eindruck, hatten die Hunde auch keinen Namen, sondern tatsächlich mehr so als Nutztiere gehalten. Häufig, wie gesagt, häufig an der Kette. Und ja, das ist mir halt als großer Unterschied aufgefallen. Ich denke, das ist bei vielen Leuten so, die auf dem Land aufgewachsen sind, dass sie eine ähnliche Erfahrung vielleicht haben. Warum du gerne über das Thema sprechen willst? Weil das hat ja ein bisschen mit deiner Tätigkeit zu tun. Da du ja mit internationalen Kunden arbeitest in dem Sprachsyndrom, dass es dir schon öfters mal etwas aufgefallen ist, was für dich erstmal als neue Erfahrung du selber bezeichnen würdest und du nicht wirklich so begreifen könntest. Also ich habe ja mit Leuten oder immer, laberte immer noch mit Leuten zusammen, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, die auch einen ganz unterschiedlichen Bildungshintergrund haben. Oder, ne? Also sie sind wirklich ziemlich, ziemlich heterogen als Gruppe. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass es da doch oft zu diesem Missverständnis kommt, wenn Leute nach Deutschland kommen und dann einfach beobachten, wie das Verhältnis der Deutschen zu ihrem Hund ist. Und dass es auch häufig einfach missinterpretiert wird und zu negativ gesehen wird. Ich sage nicht, dass es nicht auch kuriose Dinge zu beobachten gibt, was Menschen und Hunde angeht. Das auf jeden Fall. Ja, aber ich dachte, es ist vielleicht interessant, so ein paar Sachen gerade zu stellen und ein bisschen zu erklären, woher diese Beziehung kommt. Und ich muss jetzt nur ganz kurz was loswerden. Und zwar, ich war genau einer davon, der diese Vorurteile hatte als Ausländer. Und ich habe mir immer gesagt, als ich einen, ja, ziemlich älteren Herrschaften auf der Straße gesehen habe mit einem Hund, dann habe ich mir gesagt, ja genau, anstatt, dass sie sich in irgendjemanden, also einen Menschen suchen, mit dem sie zusammen so alt werden oder sonst was, dann suchen sie sich nur einen Hund. Und das habe ich tatsächlich gesagt. Ich häme mich jetzt dafür, aber das war absolut mein Gedanke, bis ich natürlich mich in Hunden bis zum Tod verliebt habe. Also, ich stelle mir einfach das Leben mit einem Hund natürlich sehr anstrengend. Also, aller Respekt vor allen Hundbesitzer, weil das wirklich ganz viel Arbeit und Leidenschaft, aber echt traumhaft. Traumhaft. Ich glaube, das, was ich jetzt gesagt habe, ist dir bestimmt aufgefallen. Oder? Oder wie war das? Oder gab es noch andere Sachen, die krasser sind? Oder wie sah es aus? Also, mir ist tatsächlich so etwas Ähnliches auch schon passiert. Also, ich habe das, ich höre das oft nach dem Motto, oder habe das oft gehört, ja, die Deutschen lieben Hunde mehr als Kinder beispielsweise. Und, ja, dass die Hunde eher willkommen sind als Kinder, irgendwie in Restaurants und so weiter. Ich verstehe, woher vielleicht diese, ja, diese Beobachtung kommt. Ich glaube das aber nicht. Also, ich glaube, man muss das Ganze ein bisschen zärtlicher betrachten, das ganze Thema. Und ich glaube tatsächlich, dass man auch nicht, also, man kann nicht über Hunde sprechen, ohne über die großen Themen zu sprechen, so im Leben. Freundschaft, Treue, Liebe, Loyalität, diese Sachen, Nation teilweise auch. Also, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt ja auch diesen Zusammenhang zwischen, ja, großen deutschen Herrschern und ihren Hunden. Ja, also, vielleicht kann ich das noch kurz nochmal jetzt vorwegnehmen schon. Die deutsche Dogge, das war der Hund von, also, Otto von Bismarck hatte eine deutsche Dogge oder vielleicht sogar mehrere deutsche Doggen. Und das galt damals als der Bismarck-Hund. Also, es gibt da diese, diese ganz engen Verbindungen, nicht nur zwischen Politik und Hund, sondern auch zwischen Intellektuellen und ihren Hunden. Also, ich glaube, sehr viele deutsche Intellektuelle hatten immer auch einen Hund. Ich konnte es selber am eigenen Leib tatsächlich erfahren, als ich die erste Begegnung mit einem wunderschönen Hund erlebt habe und ihm begegnet. Das war ein, ja, eine, eine sehr interessante und schöne Erfahrung, denn meine einzige Voraussetzung war, die oder der Hund, die ist ein Weibchen, äh, der Hund soll mich bitte nicht ablecken. Ja, und, äh, nach fünf Minuten habe ich einfach so eine große Liebe für Hunde entwickelt, sodass ich jetzt, äh, jedes Mal, wenn ich auf der Straße Hunde sehe und die an mir vorbeilaufen, direkt sagt, boah, und dann fange ich an zu grinsen und sie anzuquatschen und so weiter und so fort. Von daher, ohne Hund zu haben, verstehe ich trotzdem, wie, äh, man gerne Hunde haben will und möchte. Aber ich möchte jetzt ein bisschen tiefer in dieses Thema reingehen. Was meinst du genau? Also, welche Konversationen oder Konversationen hast du mit den, mit deinen Teilnehmern oder mit den Kunden, die du betreut hast, sodass du gesagt hast, nein, das geht nicht, es muss Aufklärung kommen. Ähm, also ich glaube, zum Beispiel eins von diesen Vorurteilen ist, ähm, Hunde sind dreckig, ne? Also, das hast du ja gerade schon auch angesprochen mit, ja, ich wollte auf keinen Fall, dass der Hund mich ableckt, ne? Kann ich auch voll verstehen, also, da bin ich auch eigentlich, äh, muss ich auch nicht haben, ne? Allerdings, ähm, wissenschaftlich lässt sich das anscheinend nicht halten, diese, diese These. Ähm, also, es ist, es ist so, dass natürlich der Hund kann Erde und Sachen von draußen mit in die Wohnung nehmen. Und ja, ein Hund macht Dreck, das auf jeden Fall, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Allerdings, äh, muss man jetzt nicht, muss man nicht befürchten, dass irgendwie, wenn ein Hund dir übers Gesicht geleckt hat, dass man irgendwie krank wird, ne? Ähm, auch dadurch, dass natürlich die meisten Hunde geimpft und entwurmt sind, ähm, gibt es da eigentlich keine großen Gefahren. Ähm, weiß ich nicht, ob man sich bei seinem Tinder-Date nicht eher was wegholt. Also, wenn man das jetzt mal so ganz blöd vergleicht, ähm, das wäre eins von diesen Vorurteilen. Oder das, was du vorhin auch angesprochen hast, ne? Warum hat diese Person einen Hund, soll doch lieber irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, mit einem Kind spazieren gehen oder so, ne? Ähm, Tatsache ist aber, dass viele Leute aus vielen verschiedenen Gründen entweder keine Kinder haben wollen oder keine Kinder haben können. Und das eine schließt das andere ja nicht aus, ne? Also, ähm, nur weil ich in, zu einem Zeitpunkt eine Person mit ihrem Hund spazieren gehen sehe, weiß ich noch überhaupt nichts über die Person. Und, ähm, ja, deswegen einfach, um diese Rückschlüsse zu vermeiden. Ich glaube, da müssen wir so ein bisschen aufpassen mit diesen Pauschalurteilen. Ich weiß aber auch, Julia, dass, äh, dieses Thema bei, zum Beispiel bei meinen Landsleuten und bei vielen anderen, äh, ein Thema der Religion ist. Also, es gibt zum Beispiel im Islam, äh, das Thema, dass man keinen Hund besitzen darf, äh, streicheln oder sonst was. Und, äh, deswegen kommt das daher, dass sie keinen Hund eher besitzen sollen dürfen, wenn die so religiös sind. Mhm. Was, äh, was ist deine Meinung dazu? Mhm. Ja, das habe ich auch, ist mir auch schon aufgefallen, wurde mir auch oft erklärt. Ähm, ich weiß dann immer nicht genau, wie akkurat diese Erklärung tatsächlich ist. Also, ich weiß, die Hunde, also Hunde kommen in allen drei großen Weltreligionen nicht so gut weg, ne? Also, auch in der Bibel findet man jetzt nicht unbedingt schmeichelhafte, ähm, schmeichelhafte Beschreibungen, ähm, von Hunden oder über Hunde. Ähm, ich, ähm, ich, ähm, mir wurde oft gesagt, dass, ähm, ja, man soll einen Hund nicht im Haus halten, ähm, weil er angeblich, ähm, oder so heißt es, dass er gute Geister, ähm, vertreibt, ähm, vertreibt aus dem Haus. Ähm, ich weiß, wie gesagt, das wurde mir erzählt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe das jetzt nicht geprüft. Ist auch schwer, diese Sachen auch nachzuprüfen. Ähm, allerdings war es für mich immer lustig, weil ich immer dachte, der Hund ist doch der gute Geist im Haus. Kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass ein Hund zu Hause zu haben, ähm, es vertreibt wirklich Sorgen und Kummer und nicht nur das, sondern, aber ich weiß, dass es einfach in dem Islam, was es in den, in den, in den Christentum ist oder in anderen Religionen ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es in dem Islam nicht erlaubt ist, einen Hund bei sich zu Hause zu haben. Es gab ganz viele Menschen, die zum Beispiel in Feldern oder in Dörfern oder sonst was einen Hund zum, wie du meintest vorhin bei euch auf dem Land in Serbien, einfach einen Hund zum Wachen haben, ne, aber ansonsten bei sich zu Hause wie hier haben wir tatsächlich nicht, ja. Wir verlangen aber durch diesen Podcast nicht, dass jetzt jeder, der diesen Podcast hört, sich einen Hund holen geht. Oder? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also, das ist gar nicht der, das ist gar nicht der Anspruch. Es geht nur darum, so ein bisschen, ähm, ja, Verständnis zu schaffen, ne, weil viele Dinge von außen halt einfach seltsam aussehen von beiden Seiten, ne, und ich glaube einfach diese, diese Beziehung zum Hund sieht manchmal ein bisschen kurios aus, ne, und man denkt, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Da wird viel vermenschlicht und so weiter. Und das stimmt ja auch alles, ne. Tatsache ist aber auch, dass es auch in den islamischen Ländern Hunde gibt, ne, dass die auch, dass alle Menschen immer mit Hunden zusammengelebt haben. Also, nicht seit, nicht seit immer allerdings, als der Hund sich entwickelt hat, als der Hund sich dafür entschieden hat, den Menschen zu mögen und sich ihm anzuschließen und seinen quasi evolutionären Siegeszug begann. Seitdem hat man, hat man, ja, ist der Mensch und der Hund, bilden die gemeinsam ein Team. Und, ähm, ja, wir haben ja, du weißt ja, dein Lieblingshund, wir haben ja immer spekuliert, dass da teilweise Saluki drin ist und das ist ja noch ein persischer Hund, ein persischer Windhund. Und, ähm, die werden ja auch drinnen gehalten, beispielsweise, ne. Also, die werden im Haus gehalten, die schlafen nie auf dem Boden. Das ist so, ja, werden so betitelt als, ja, auch als Geschenk Gottes, ne. Also, das ist jetzt nicht einfach nur irgendein Hund, das ist ein besonderer Hund. Also, auch da gibt es wieder auch eine besondere Beziehung, ähm, zum Hund. Oder, ja, Beduinen, ne, haben ja auch häufig, jagen auch mit den Hunden. Also, da gibt es diese, diese Kameradschaft zwischen, zwischen Hund und Mensch, die gibt es, glaube ich, ja, übergreifend, ne. Ähm, ganz davon abgesehen, welche Religion, in welchem Land man lebt, ähm, das gibt es, das gibt es überall. Also, der Mensch hat überall auf der Welt eine Beziehung zum Hund aufgebaut. Oder umgekehrt, je nachdem. Und ich glaube, du bist ein Experten, was Hunde angeht, deswegen möchte ich tatsächlich keine Expertise, jetzt keine Expertise hier raushauen, denn, äh, du kennst dich bestens mit Hunden aus und mit Geschichte der Hunden und wie sie sich entwickelt haben durch die, durch das, äh, Leben und, äh, revolutionär betrachtet und so weiter. Aber jetzt, davon kannst du abgesehen, was ist deine Botschaft, Julia? Was möchtest du uns damit sagen? Ähm, genau, dass der, dass der Hund einfach viel, ähm, viel mehr ist als einfach nur ein Tier, das in deinem Haus lebt, ne. Sondern, wie gesagt, ich habe das vorhin ja schon mal kurz angedeutet, man kann nicht über den, mit einem, ja, über den Hund sprechen und nicht die großen Themen ansprechen, ne. Und ich glaube, der Hund, ähm, ist kein Ersatz für einen Menschen, er ist auch kein besserer Mensch, ne. Ähm, das hört man ja oft, ne, Hunde sind die besseren Menschen oder so. Das möchte ich gar nicht, das möchte ich gar nicht behaupten. Ähm, ich glaube nur, dass der Hund, äh, durch sein Wesen Charakterzüge in sich trägt, die wir alle universell schätzen. Ähm, also, wenn, wenn man mal schaut, ne, der Hund wird dich, wird dich nie verlassen, ne. Ähm, im Prinzip ist es so, du kannst ihn auch, selbst wenn du ihn schlecht behandelst, im Prinzip, du kannst ihn acht Stunden alleine lassen und der ist den ganzen Tag irgendwie sitzt auf der Couch und weiß nicht, was der machen soll, aber der freut sich einfach trotzdem, wenn er dich sieht, ne. Ich spreche jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht so den Fokus lenken auf so, ja, schlechte oder negative, negative Beispiele, aber, ähm, ja, von, dass man dem Hund nicht gerecht wird, ne, indem man ihn halt einfach den ganzen Tag zu Hause allein lässt, aber, ähm, das, das Gefühl, das du auch ganz deutlich merkst, ne. Ich denke, dass, wenn der Hund sich über dich freut, ich denke, dass das für viele Menschen das Gefühl ist, dass, ähm, es ist ein Kontrast ist zu dem, was man, zu dem Verhältnis, das man mit Menschen hat, ganz oft, ne, weil ich glaube, wir alle haben so ein bisschen das Gefühl, ja, wie viele Emotionen sind angebracht, wie viel zeige ich, wie viel halte ich zurück, ist das so klug, ne, mache ich mich irgendwie verletzbar oder, ne, also emotional angreifbar und so weiter. Und ich glaube, diese, diese Hemmung hat man nicht mit dem Hund. Der Hund, das ist einfach so rein, ne. Der Hund freut sich einfach, du hast das Gefühl, es gibt ganz viel Liebe, es gibt ganz viel Liebe und, ähm, ja, ich denke, das ist zum Beispiel etwas, was, ähm, was vielen Menschen, auch gerade Menschen, die alleine leben, Menschen, die vielleicht älter sind, aber auch nicht nur Ältere, ähm, was das als eine Sache ist, die, ähm, ja, die dich irgendwie erdet, die dein Leben auch wieder, ne, wo auch wieder schön Aspekte, die ja deutlich werden, ne, und auch wenn man, auch wenn man mit dem Hund die Runde macht, wie du, ja, von der du gerade gesprochen hast, ne, selbst wenn es regnet oder so, du gehst halt mit deinem Hund raus und der macht diese, diese Kameradschaft, ne, auf eure, auf eurer, äh, auf eurer Route, aber ihr trefft auch die ganze Zeit neue Leute. Und ich weiß nicht, wie, wie oft man Menschen kennenlernt, die man nie kennenlernen würde, wenn die nicht einen Hund gehabt hätten, ne, man spricht ja Leute eigentlich nicht einfach so an, ne, auch wenn, sagt man, sagt man ja so, die Leute im Ruhrgebiet sind noch relativ so offen und, ähm, gesprächsbereit, ähm, aber insgesamt kommt immer ein bisschen komisch rüber, wenn man Menschen einfach so anspricht. Ich glaube, da ist immer so ein bisschen so was, so ein Misstrauen da, aber wenn man Leute anspricht wegen ihres Hundes, dass man fragt, oh, was ist das für eine Rasse, oder? So, so eine, so eine Gemeinsamkeit ist das, dann entwickelt sich, äh, etwas, wo man merkt, okay, der andere, der auch spaziert jetzt gerade im Park oder egal wo, der, der, der teilt mit mir genau die gleiche Leidenschaft und mit dem kann ich bestimmt ein interessantes Gespräch, sei es über Hunde führen, oder? Genau, man fängt bei Hunden an und dann weiß man nicht, wo man landet, ne, aber, ähm, genau, also ich denke, wir mögen alle Leute, die so ähnlich sind wie wir, wie wir selbst und, ähm, ich glaube, das ist schon mal ein, ein guter Ansatz, dass der Hund am Ende dir hilft mit deinen Beziehungen zu anderen Menschen. Sehe ich genauso und, äh, ich habe echt viele, viele interessante Geschichten gelesen bzw. gehört von Dritten, dass, äh, das so oft so zu sehr schönen Freundschaften, äh, alles sich entwickelt hat oder auch, äh, Liebesgeschichten und so weiter, also von daher, das, äh, schließt sich nie aus. Also, liebe Leute, wenn ihr Single seid und auf der Suche seid, dann wisst ihr Bescheid, schnappt euch einen Hund und dann geht auf die Jagd. Ja, aber Vorsicht, ne, so ein Hund ist auf jeden Fall eine Verpflichtung, man muss schon damit rechnen, dass man, ähm, das muss man schon lieben, ne, äh, man will dem Hund gerecht werden, man möchte nicht, ähm, ja, glaube ich, ein unglücklicher Hund kann einem viele Probleme machen und das, das will man nicht, ne, ähm, genau, also es soll gut überlegt sein, das ist eine, Verpflichtung über viele Jahre, ähm, kostet auch, ähm, was, ne, gerade wenn irgendwas sein sollte mit der Gesundheit, da, die Tierärzte lassen sich das schon, lassen sich das schon was kosten. Ja, allerdings. Gibt es abschließend irgendwas zu sagen zu den Hunden? Genau, also ich würde sagen, ähm, der, man, dass man, dass man den Hund einfach betrachten muss als, als mehr, ne, also dass es nicht, ähm, dass es nicht einfach nur ein Tier ist, das mit dir dein Leben teilt, sondern, wenn Menschen die Gesellschaft von Hunden schätzen, dann schätzen sie besondere Eigenschaften und, ähm, ja, sind vielleicht, ich denke, das gibt einem ein bisschen mehr Einblick in die Psyche auch des, des Hundebesitzers, ne, was wählt er, was sucht er sich für einen Hund aus, ähm, wie, wie geht er auch mit dem Hund um, wie ist die, wenn man die beiden Beobachtet, ne, wie ist da so die Interaktion? Ich glaube, man kann da unglaublich viel zwischen den Zeilen lesen und, ähm, ja, und auch wenn das manchmal ein bisschen nach zu viel aussieht für den einen oder anderen, ne, man kann ja darüber diskutieren, ist das gut, wenn der Hund im Bett schläft oder, ähm, sollte man das lieber lassen oder, ähm, muss sich jetzt meinem Hund ein Kleidungsstück anziehen, ne, also sind ja auch so Sachen, da kann man ja wirklich ganz unterschiedlicher Meinung sein, ähm, das steht alles, aber ich glaube, man sollte einfach nicht versuchen, man sollte einfach versuchen, da keine Pauschalurteile oder Werturteile so schnell, ähm, zu platzieren. Vielen, vielen Dank, ähm, sehr interessantes Thema, lässt sich wirklich darüber, weiß ich nicht, stundenlang quasseln. Ich würde gerne jetzt einmal zu den Fragen kommen, was würdest du deinen Zehnjährigen nicht sagen? Ich würde sagen, glaub nicht alles, was du denkst und glaub nicht alles, was du fühlst. Okay, sehr interessant. Beschreibe dich mit fünf Wörtern und du darfst gerne auch ausholen, wenn du willst. Ich würde sagen, ich bin neugierig, aber nicht im Sinne von, ich möchte wissen, was mein Nachbar macht, das eigentlich gar nicht, sondern im Sinne von, ähm, ja, Neues zu lernen, neue Dinge zu, genau. Neugierig auch darauf, wie die Welt funktioniert, so, was andere Leute denken, genau. Also, was, was, was denken andere, ähm, warum denken die das und auch so sein eigenes, sein eigenes Denken zu hinterfragen. Ähm, ähm, ich glaube, ich bin analytisch, ähm, ich bin aber auch neurotisch, also ganz, sehr sogar, denke ich, ähm, aber auf amüsante Art. Wie meinst du das? Kannst du kurz nur erläutern, damit ich oder vielleicht auch die Zuhörer verstehen können? Ähm, ja gut, das kommt jetzt auf die genaue Definition an, welche man nimmt, ob man die nimmt, die die Leute so verstehen auf der Straße oder ob man die psychologische Definition nimmt, ähm, genau. Was ist einfach deine Definition davon? Ja, ich denke, ich brauche, ich bin jemand, ich brauche ein wenig Zeit, ähm, um die vielen Eindrücke, die über auf mich so einprassen, ähm, immer gut einzuordnen. Also, du magst eher, eher immer so eine Nacht so überschlafen, so, auf Deutsch gesagt. Ja, ein bisschen abwägen, ne, ähm, ich glaube, das ist auch so ein, ein Charakteristikum, das, was ich nennen würde, ähm, ich bin ein bisschen unentschlossen. Ich brauche also lange Zeit, um Pro und Contra abzuwägen und zu einer Entscheidung zu kommen. Ich komme dann zu einer Entscheidung, aber das kann dauern. Nummer vier. Ähm, und, ähm, ordentlich. Ordentlich, finde ich wichtig, ja. Ja, cool. Dann kommen wir einmal zu einem letzten Punkt, und zwar der beste Spruch oder Zitat oder sonst was, den du jemals gelesen oder gehört oder selber ausformuliert hast. Ja, das ist insgesamt sehr schwierig, weil es ganz viele Dinge gibt, die mich, ähm, die mich beeinflussen, die schreibe ich mir auch auf, einfach, um das nicht zu vergessen. Ähm, ja, aber ich habe ein Zitat von, ähm, Pablo Picasso, das mir sehr gefallen hat. Ähm, es geht um Hunde. Hunde kommen in unser Leben, um zu bleiben. Sie gehen nicht fort, wenn es schwierig wird, und auch wenn der erste Rausch verflogen ist, sehen sie uns noch immer mit genau diesem Ausdruck in den Augen an. Das tun sie bis zu ihrem letzten Atemzug. Vielleicht, weil sie uns von Anfang an als das sehen, was wir wirklich sind. Fehlerhafte und vollkommene Menschen. Menschen, die sie sich dennoch genau so ausgesucht haben. Ein Hund entscheidet sich einmal für den Rest seines Lebens. Er fragt sich nicht, ob er wirklich mit uns alt werden möchte. Er tut es einfach. Seine Liebe, wenn wir sie erst verdient haben, ist absolut. Also, ich muss es erst mal auf mich wirken lassen, und danach kann ich, äh, was sagen von Pablo Picasso. Ist schon, äh, ja, ein harter Nummer, muss ich sagen. Äh, finde ich aber sehr inspirierend. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber kannst du kurz, Noah, den langen Zitat von Picasso so zusammenfassen? Also, was willst du genau sagen? Eigentlich nur das, was wir vorhin auch angesprochen hatten. Ne, ich denke, dass, dass der Hund, ähm, Eigenschaften mitbringt, die wir nicht unbedingt immer bei Leuten sehen. Und, ähm, ich glaube, das macht diese besondere Beziehung aus. Ja, klingt einleuchtend, würde ich sagen. Vielen, vielen, vielen Dank. Also, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass du vorbeigekommen bist und hier bei mir im Studio auch die Folge mit aufgenommen hast. Julia, deine Worte, dein Podcast, deine Folge, du schließt es ab. Bitteschön. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Und, ja, vielleicht, ähm, habe ich dazu beigetragen, dass es der ein oder andere Mal darüber über das Thema nachdenkt. Hat dir die Folge gut gefallen? Dann hinterlasse bitte eine Bewertung bei Apple Podcasts, denn dadurch wird die Folge viel mehr angehört. Und du supportest auch diesen Podcast und mich vor allen Dingen. Ich bedanke mich bei dir von dem ganzen Herzen. Und ich werde dir wirklich bis zu aller Ewigkeiten dankbar dafür. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Bis. Das war schon wieder mit Deutsch-Agarisch. Bis bald. 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 Bis bald.